yo leute was geht und herzlich willkommen zu einem neuen video und ja leute im heutigen video möchte euch zeigen wie ihr meiner meinung nach am schnellsten komplett legal und ohne klitschen von komplett pro zum millionär werdet ich wünsche auf jeden fall viel spaß bei dem video und da würde ich sagen starten wir direkt rein so als allererstes brauchen wir natürlich ein fahrzeug um uns vorzubewegen fahrt mit dem fahrzeug einfach zum ls customs und tut das fahrzeug einmal versichern ja ihr müsst einfach eine kategorie peilsender reingehen dann einmal versichern und vollkasko und schon ist das auto dann euch also schutz vor diebstahl sicherheit peilsender kaufen vollkasko und schon ist das fahrzeug schon mal euch so als nächstes begeben uns dann zum casino denn beim casino haben wir die möglichkeit einmal am tag am glücksrad zu drehen und natürlich auch einmal an uns den casino bonus abzuholen dafür müssen wir uns aber erstmal uns die mitgliedschaft kaufen für 500 dollar geht er für einmal ins handy rein und geht auf die e mail internetseite von diamond casino und kauft euch die mitgliedschaft für 500 dollar wenn ihr das gemacht habt dann könnt ihr an die kasse hingehen und dann geht ihr ganz unten auf besucher bonus und dann könnt ihr euch den täglichen besucher bonus von 1000 jetons sichern den könnt ihr auch dann sofort in bargeld eintauschen und natürlich habe die möglichkeit einmal am tag am glücksrad zu drehen dort haben wir natürlich dann die die chance ja entweder das auto zu ziehen rp zu bekommen jetons oder natürlich auch geld was optimal wäre für uns weil wir am anfang sind natürlich kriege ich ein kleidungsstück was man natürlich gerade am anfang nicht gut gebrauchen kann naja gut nichtsdestotrotz machen wir weiter am rockstar games hat uns ein paar aktionen gestartet für den anfang wo wir auf jeden fall schon mal gut geld verdienen können und zwar fangen wir erstmal mit der kopfgeldjagd an mod wird euch wird sich bei euch melden mit einem foto mit der gesuchten personen guckt dann einmal auf der map dann müsst ihr einmal die suche die kontaktperson suchen aber ganz wichtig tötet die kontaktperson nicht weil wenn ihr die kontaktperson tötet bekommt ihr nur 5000 gta dollar wenn ihr die kontaktperson lebend zum mod bringt dann bekommt ihr 10.000 gta dollar schlagt sie einfach nur so lange bis die person aufgibt und euch dann folgt begibt euch dann einfach mit der kontaktperson einfach dann zu einem auto hin und bringt sie dann ganz einfach zum mod so kontaktperson nummer eins abgeliefert 10.000 gta dollar sind auf unserem konto insgesamt gibt es fünf verschiedene kontaktpersonen die wir bei mod abliefern müssen einfach mal ein paar minuten warten dann werdet ihr die nächste e mail bekommen mit der zweiten dritten vierten und fünften personen einfach genau dasselbe machen einfach dann beim mod abliefern und wenn ihr das gemacht habt kommt ihr das steigen kriegs bei jetzt müsst ihr mit dem steigen kriegs bei einfach nur noch 25 leute töten egal ob das jetzt spieler sind oder mpcs wenn ihr die getötet habt bekommt ihr nochmal saftige 250.000 gta dollar als nächstes starten wir direkt rein mit der nächsten aktion und zwar mit der schatz suche ich bin hier schon mal zum ersten hinweis hingefahren und zwar ist das folgende problem die hinweise die werden leider nicht auf der karte angezeigt aber ich werde euch auf jeden fall zeigen wo sich die orte genau befinden einfach nachmachen wie im video und ja insgesamt gibt es auch fünf verschiedene hinweise die müsst ihr euch alle suchen und dann holen so hier haben wir dann noch den fünften hinweis und beim fünften hinweis gibt es halt ein problem der spawnt halt nicht ist halt und der spawnpunkt ist halt nicht überall gleich ich werde euch auf jeden fall die karte euch auch in der video beschreibung noch reinhauen guckt euch einfach auf der map an wo der letzte spawnpunkt ist so nun müsst ihr euch einfach zum flughafen ins handy chance begeben uhrzeit zwischen 0 uhr und 5 uhr morgens dann werdet ihr den schlitzer begegnen den schlitzer den müsst ihr einmal töten und wenn ihr den getötet habt bekommt ihr nochmal 50.000 gta dollar und ihr habt nun den navy revolver freigeschaltet mit diesem navy revolver müsste nun 50 leute töten egal ob das spieler oder mpcs sind nachdem wir dann die 90 50 leute getötet habt bekommt ihr nochmal saftige 200.000 gta dollar so als nächstes machen wir weiter mit der schatz suche da werdet ihr auch von von der linda eine e mail bekommen auch mit dem ort wo das also mit dem bild wo der genaue ort ist den ort in welt aber auch noch mal auf der map sehen also dieser gelbe kreis in diesem umfeld befindet sich der schatz einfach den schatz suchen auch da wird der controller sich wieder wird der controller wieder vibrieren wenn ihr in unmittelbarer nähe seit insgesamt gibt es dort vier verschiedene hinweise den ersten haben wir gerade gesucht und die anderen drei werden auch auf der map angezeigt einfach zu den dementsprechenden orten einfach hinfahren hinweise einfach aufsammeln so wenn ihr den dritten hinweis eingesammelt habt dann wird sich auf der map die schatzkiste auf einmal dann öffnen öffnet einmal dann das options menü geht dann auf die karte und dann werdet ihr sehen wo sich die schatzkiste befindet begibt euch einfach zur schatzkiste hin öffnet diese und dort werdet ihr nun den doppelt action revolver finden mit diesen revolver müsst ihr nun 50 headshots verteilen habt ihr diese 50 headshots verteilt werdet ihr nochmal saftige 250.000 gta dollar bekommen so jetzt haben wir auf jeden fall schon mal einen kontostand von 824.000 gta dollar ist auf jeden fall schon edge stabil und ja in sehr sehr kurze zeit und legal so als nächstes können wir uns dann schon mal ein appartement kaufen damit wir gleich ein heiß starten können und natürlich damit wir uns endlich mal auch ein persönliches fahrzeug kaufen können ich empfehle das drei alter street apartments für 214.000 gta dollar geht dann auf legendary motorsport und dann guckt ihr mal wenn ihr euch mit social club verknüpft habt könnt ihr euch den lg er acht für null dollar erwerben das ist aber noch nicht alles guckt einmal aufs hause und san andreas wie gesagt bin euch mit dem social club verknüpft habt dann könnt ihr euch dort auch sechs weitere kostenlose fahrzeuge kaufen das geht aber nur wenn ihr euch im social club angemeldet habt ich für meinen fall werde aber jetzt gerade mal die party kaufen ja weil die party auf jeden fall für den anfang sehr zu empfehlen ist da die party schnell ist und ja man kommt mit der party einfach überall hin und die kostet auch nur 15.000 gta dollar als nächstes werden wir mal die 50 stör sender suchen wenn ihr die 50 stör sender gefunden habt dann werdet ihr noch mal 100.000 gta dollar bekommen und somit haben wir wieder einen kontostand von 750.000 gta dollar als nächstes werden wir dann mal einen heiß starten wir haben uns ja gerade aus aparken gekauft geht dann an die planungstafel und startet den heißt ich habe mal den flieger heißt gestartet ja für den anfang braucht man da nur zwei vorbereitungen und den heißt den hat man innerhalb von einer halben stunde abgeschlossen so und wir bekommen auch 100.000 gta dollar für den job und weil wir zum ersten mal ein heiß gespielt haben bekommen wir noch mal 100.000 dollar bonus das heißt 200.000 gta dollar nochmal oben drauf so als nächstes werden wir mal noch so 23 kontakt mission spielen und dann haben wir auch die eine millionen gta dollar erreicht die kontakt mission ja die sind eigentlich auch ziemlich easy gehen schnell zwischen fünf und zehn minuten je nachdem so und ja so haben wir auf jeden fall schon mal die erste millionen gta dollar ergeiert wird es auf jeden fall und ja in der nächsten folge wird es auf jeden fall weitergehen da werden wir uns noch ein büro kaufen und dann mit dem import export anfangen und ja leute ich hoffe das video hat euch gefallen wenn es denn so sein sollte wird mich auf jeden fall freuen wenn ihr noch ein abo und ein like lassen würdet und ja dann würde ich sagen bis zum nächsten mal ciao